Das Gute ist halt, die sind halt alle schon auf Gewicht und Stimme geritten, das heißt Was soll der, ist das ein Hengst oder ein Wallach, was soll der kosten? Keine Ahnung, ich habe noch, ich habe gar nicht über den jetzt gesprochen, er hat nur gesagt, er zeigt mir noch sein eigenes Pferdchen Das wäre was für die Laura, die Laura Schreden Ja stimmt, das wäre genau das Ich mache jetzt ein kleines Video und du auch, gell? Wollt ihr noch mit dem Sattel gesehen? Nein, alles gut Ah, si, perfekt Das ist ja ein tolles Pferd, also der wäre was für die Laura Das ist ja ein tolles Pferd, also der wäre was für die Laura